Weil langsam setzt der Hunger ein. Mh, Maiskolben! Geil! Maiskolben sind echt super. So ein bisschen Butter drauf oder Kräuterbutter. Mh, yum, yum, yum. Road to Ruin. Ah, zwei Level. Mal gucken, ob ich das noch hinkrieg, weil mein Bläschen fühlt sich ein bisschen. Mal gucken, ne? Weil das hier so gibt. Oh, ich hab schon die ersten paar Sekunden verpasst. Okay, hier war auf jeden Fall... Oh. Hier war auf jeden Fall keine böse Kiste dahinter. Oh, das ist sogar eine Dreierkiste. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn! Kiste hinten draußen. Oh du, Tja. Mit dem Tod gerissen. Wöh? Nee, liebe dich nicht die Plattform. die musik zum beispiel finde ich ganz gut in dem level ja gold geil hey lange nicht gesehen hallo die musik ich finde die musik hier eigentlich also vom remake eigentlich ganz gut das ist eine musik die mir genau so gut gefällt wie im original ist das ist nicht so gut schön hätten wir hier schon gold dann machen wir jetzt noch also wir versuchen an berlin klingt aber so orientalisch finde ich nicht schlimm dass es orientalisch klingt können sie ruhig machen an berlin versuchen wir jetzt noch und dann muss ich pippi gehen auf jeden fall aber schon anderthalb stunden nehmen wir schon auf wir haben zwei bob rooms dann geschafft ich hatte stromscheiße nimmst du den mit und wäre ganz nice bitte dankeschön aber schön drüber Eine Sekunde. Ah, scheiße. Stromscheiße. 1,35 langes Level. Das Level war irgendwo bei 50, 51 Sekunden. Doch, aber so langsam muss der Spiegel gebrochen werden, Jen. Ich habe in der Zwischenzeit irgendwann mal meinen Namen hier auf YouTube angepasst. Voll vergessen. Das letzte Mal, als ich hier war, war der Account noch. Surfjohn vielleicht ist der Name eher eingebrochen. Ja, Surfjohn auf jeden Fall. Es ist lange her, dass ich mal hier im Stream war. Irgendwann schon länger her, dass man sich gesehen hat. Das stimmt. Ich habe schon wieder die Kiste verpasst. Nein! Schon wieder die Kiste verpasst. Bam, 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 bam. Und nochmal rein, yo. Läuft bei dir, Crash. Und schon wieder die eine Sekunde verpasst. Und schon wieder die gleiche rein. Und da ist die Pizza. Das ging schnell. Oder Schnitzel oder was ich längst da bestellt habe. Vielleicht auch eine Pizza für mich. Wer weiß. Ich bin gerade auch unter Strom. Ich bin gerade auch unter Strom. Ich bin gerade auch unter Strom. Aber ich finde immer ganz nett, wenn zum Beispiel Dennis dann streamt. Und da dann schon zugucken kann oder so. Oder halt nebenher laufen lassen. Das ist auch ganz nice. Ich habe hier immer die gleichen Kisten. Das ist ja Wahnsinn. Das war ganz gut. Ziemlich an Entfernung gewonnen. So, beim nächsten Rutsch. Äh. Speed-Ding ist glaube ich. Oder auch nicht. Dauert wohl noch ein bisschen. Aber hier kommt jetzt eine Kiste, die wir diesmal mitgenommen haben. Das könnte ja sein können, dass das was gebracht hat. Das könnte ja sein können, dass das was gebracht hat. Oh nein. Ganz vergessen, das gab es ja auch noch. Okay. 1,35 hast du gesagt, ne? Komm, lauf Crash. Crash! Crash! Geil. Super. Zwei Warprooms schon geschafft. Geil. So, was haben wir hier? Ähm. Laufen lassen wir die hier oder gleich. Ach für eine Lette. Ja, genau so. Arbeit ist halb, halb. Das ist so heiß. Ach. Daher sollt, wollt was für D&D machen. Oh well. Bei dir so. Ja, geht. Ich hab natürlich vorhin erst eine gemischt bekommen. Falsche Sicherung rausgemacht und dann war noch Strom auf der Leitung. Ich war dann ganz schnell auch draußen und die Hand leicht schwarz. Okay. Ich hab heute einen alten Schuppen abgerissen und baue einen neuen. Super Wetter für Arbeit mit Freien. Das ist doch Ironie, oder? Das ist ein bisschen heiß draußen für so Sachen. Übertreib doch nicht und pass auf dich auf. Ja. Super. War nicht das erste Mal. Wird auch bei meinem Bub nicht das letzte Mal gewesen sein. Okay, wir haben diesen Rob-Room fertig. Ich werd jetzt nach oben lösen und ich werd mich jetzt erleichtern. Und ich bekomme eine Pizza gebracht. Das ist ja der Wahnsinn. Geil. Erstmal Pipi machen, ne? Bis gleich. So. Ich bin eben mal beim Italiener angerufen. Ja, nice. Äh. War nicht ernst gemeint, ich bin kaputt gegangen. Okay, sehr gut. So. Ich muss mir mal gerade ein Stück von der Pizza reinziehen. Am besten was Kleines. So. Begölfung halt. Dankeschön. Aber nur ein Stück. Nur ein Stück. Was? Was ist denn ein Teat? Was ist denn ein Teat? Was ist denn ein Teat? Ich glaub, das hess ich gleich auch noch. Ich wollte nicht Titt schreiben, weil das klingt wie Titte. Das stimmt. Der Rest ist für nach dem Stream oder so. Italien, was ist denn da drauf? Bestimmt Spinat. Paprika. Natürlich wurde ne... Ne, Quatsch. War das in der Kleidung? Ich weiß nicht, war es am Oberteil oder war es am Bein? Ich weiß es nicht mehr. Weil am Bein hab ich ne kurze Hose und dann war es wirklich an meinem Bein und nicht an der Hose. Das ist wie ein Paprika, Spinat und so ein Zeug. Was ist denn so ein Zeug? Hört sich ganz gut an. Du kannst eigentlich noch Pizza perverso bestellen. Ich glaub der... der Barber, der hat glaub ich ne Perverso. Da ist aber Hühnchenfleisch drauf. Also sie ist nicht so wie bei mir im Dorf. Müsste ich eigentlich auch noch mal essen, wenn ich das nächste Mal bei uns, also bei meinen Eltern bin. Ansonsten weiß ich gar nicht. Vielleicht hat Bella auch ne Perverso. Ich bin mir gar nicht sicher. Was ist denn auf ner Perverso drauf? Auf ner Perverso sind Nudeln, Hackfleischsoße, Salat und Salatsauce. Das sind quasi drei Gerichte in einem. Ne Pizza, Salat mit Hackfleischsoße und nen Salat. Das ist der Burner. Okay. Wo ist denn hier der... da ist Endchen. Hanging out. Ich freu mich ja schon sehr auf diese Zeitdinger. Nicht.